Hallo zusammen! Die Dots aus den ersten Crowdloans werden aktuell wieder freigegeben und es ist schon wieder erstaunliche zwei Jahre her, dass ich hier auf diesem Kanal da investiert habe. Zeit also mal ein Fazit zu ziehen, was ich inzwischen so über die Crowdloans denke und eine Einschätzung, wie es mit Polkadot so weitergeht. Die Crowdloans sind ja damals in mehreren Runden gestartet und die erste Runde war im Oktober 2021 und dabei hatte man die Gelegenheit, ein Darlehen an bestimmte Projekte zu vergeben, so dass diese Projekte sich dann einen Platz auf dem Polkadot Mainnet sichern konnten und dafür hat man dann eben Rewards bekommen. Und ich hatte auf diesem Wege vor allem Dot verliehen an Moonbeam und an Arcala und weil die Laufzeit all dieser Darlehen zwei Jahre beträgt, werden diese Darlehen nun nach genau zwei Jahren auch wieder zurückgezahlt. Und wenn man nach der langen Zeit nicht mehr so genau weiß, wo jetzt eigentlich die ganzen Dots geblieben sind und wo die Rewards liegen und wie viele man bekommen hat, dann empfehle ich zunächst einmal das Talisman Wallet zu installieren und die alten Accounts dort zu importieren, weil bei Talisman sieht man sehr schön, welche Assets man auf Polkadot noch so rumliegen hat und es ist ein sehr, sehr schönes und einfaches Wallet, mit dem man eigentlich fast alles machen kann, was man so braucht. Und hier bei Talisman gibt es diesen Knopf Fullscreen View und hier kann man sehen, auf welcher Parachain noch welche Assets liegen und unter Umständen findet man ja hier in der mittleren Spalte unter Locked noch die einen oder anderen Rewards, die man noch nicht geklämt hat. Und wenn man in dieser Spalte noch Dots stehen hat, dann kann es sein, dass die noch in einem Crowdloan liegen, der noch läuft und der vielleicht noch erst später wieder zurückgezahlt wird. Und wenn man genauer wissen will, an welchen Crowdloans man jetzt teilgenommen hat und welche Rewards man wirklich erhalten hat, dann empfiehlt es sich einmal auf parachains.info vorbeizuschauen. Man kann dort in der Suchmaske dann auch seine Adresse eingeben und bekommt eine entsprechende Liste mit den Crowdloans und mit den Rewards, an denen man damals teilgenommen hat. Und wenn jetzt also nach und nach die Dots aus den Crowdloans zurückkommen, werden die dann irgendwie auf den Markt geworfen und müssten dann die Preise nicht eigentlich total crashen. Und ich habe hier mal zusammengetragen, wie viele Dots aus den Crowdloans frei werden und wann genau. Und da sieht man, dass die meisten Dots eigentlich auch schon auf dem Markt sind, nämlich zurzeit ca. 113 Millionen Dots. Und im Februar und April kommen dann nochmal 35 Millionen Dots auf den Markt. Und danach passiert eigentlich nichts Nennenwertes mehr, wenn man sich die Zahlen hier anschaut. Man kann also sagen, dass wenn der Preis sich dadurch nach unten bewegen sollte, dann müsste das eigentlich jetzt passieren. Und die Frage ist, ist das wirklich passiert? Das hier ist der Chart seit Anfang Oktober 2023 bis heute, Anfang Dezember 2023. Und hier gibt es tatsächlich Anfang Oktober eine klare Abwärtstendenz, aber jetzt nur von 4 US-Dollar bis knapp 3,50 Dollar. Und seitdem geht es mit dem Preis eigentlich nur aufwärts. Woran liegt das? Für mich sieht das so aus, als wären schon viele Dots aus den Crowdloans tatsächlich gedumpt worden. Und wenn man sich den Gesamtsupply versus Crowdloan Dots, also die Dots aus den Crowdloans mal anschaut, dann sind das insgesamt, also alle Dots aus allen Crowdloans zusammen, eh nur 10% des Gesamtsupplies. Und das hat also eigentlich gar keine allzu große Auswirkung. Vor allem die Dots, die jetzt noch frei werden, die sind ja vergleichsweise wenig. Die werden eigentlich überhaupt gar keine Auswirkung haben. Ich habe meine Dots ja schon damals sehr früh gekauft, also sogar noch einige Wochen vor dem Launch von Polkadot. Und ich habe dadurch einen Einstiegspreis von 2,50 Dollar gehabt. Also bin ich jetzt aktuell mit bei dem Dot-Preis von, ich sage mal, irgendwo zwischen 5 und 6 Dollar. Sogar immer noch 100% im Plus. Aber natürlich werden einige von euch damals anlässlich der Crowdloans Dots gekauft haben. Und das war dann tatsächlich nah am All-Time-High von Dot bei ca. 59 US-Dollar. Und dann hat man leider aktuell ganze 90% seiner Investition verloren. Und am schlimmsten stelle ich mir dabei vor, dass man dann zwei Jahre nicht an die Dots rankommt und zusehen muss, wie dieser ganze Wertverfall vor den eigenen Augen abläuft. Und ehrlich, also für mich ist das irgendwie Krypto-Alltag, also sozusagen, dass manchmal eine Idee nicht aufgeht und der Markt sich einfach komplett gegenein entwickelt. Und dann sage ich mir halt, da habe ich mich eben vertan, das gehört irgendwie dazu. Und hier in diesem Fall habe ich tatsächlich einfach nur Glück gehabt, dass ich so früh dabei war. Oder man könnte auch sagen, dass ich jetzt den Mut gehabt habe, so früh reinzugehen, obwohl es ja eigentlich noch gar kein Produkt gab und irgendwie auch gar keinen richtigen Use Case. Aber ich sitze selber auch noch auf vielen anderen Tokens rum, bin da aktuell richtig im Minus. Vor allem bei denen, die ich im letzten Bullenmarkt gekauft habe. Und das ist leider irgendwie normal. Und die Rewards waren ja auch ebenfalls für zwei Jahre gewestet. Und in den allermeisten Fällen sind auch die schon 90% runter oder aktuell auch fast wertlos. Und das Ganze hat sich also aus meiner Sicht irgendwie so überhaupt nicht gelohnt. Und zumindest ist das so das, was ich denke. Und ich habe jetzt in den letzten zwei Jahren eigentlich fast gar keine Lust mehr gehabt, mich großartig mit Polkadot zu befassen. Aber die Frage ist natürlich jetzt, wird da nochmal was draus oder ist Polkadot jetzt schon tot? Und dazu muss man erstmal ehrlich anerkennen, dass die allermeisten Projekte wie Acala, Moonbeam, Asta und so weiter tatsächlich auch das geliefert haben, was sie damals versprochen haben. Also die Anwendungen laufen und die Entwicklung hat stattgefunden. Leider ist dann aber die Nachfrage nach den entstandenen Produkten irgendwie ausgeblieben, was vielleicht auch am Bärenmarkt lag. Und die große Blockchain-Revolution ist Polkadot jetzt irgendwie auch nicht geworden. Und das betrifft dann auch den Dot als Token. Also das Problem ist da ein bisschen, wofür braucht man den eigentlich und wo soll jetzt die Nachfrage herkommen? Und hauptsächlich wird der Token ja für Transaktionsgebühren auf Teilen, also nicht mal auf der gesamten Infrastruktur benötigt. Also hauptsächlich jetzt beim Versenden von Dot oder vielleicht noch beim Bridgen von Assets zwischen den einzelnen Parachains. Aber vor allem bei den Parachain-Auktionen und bei den Crowdloans wird der Dot benötigt. Und klar ist der Dot dadurch dann beim Start der Auktion hochgegangen und irgendwie war es das dann leider auch. Und die Dots sind ja jetzt noch nicht mal geburnt worden, sondern die sind ja jetzt nach zwei Jahren auch wieder auf dem Markt. Und das heißt, man hatte jetzt quasi zwei Jahre fast gar keinen Demand. Und auf der anderen Seite dann auch noch die eingebaute Inflation. Die liegt aktuell ja so, würde ich sagen, bei über, deutlich über 10 Prozent. Also klar, dass der Token da im Wert verfällt. Und dafür hat der Token eigentlich sogar noch einigermaßen gut performt. Ja, und dieses Problem wird aktuell von Polkadot tatsächlich auch selber adressiert. Und inzwischen arbeitet man an einer neuen Version von Polkadot mit komplett neuen Tokenomics. Und hier ist die Idee so ein bisschen, dass die Parachain-Auktionen und damit auch die Crowdloans erstmal komplett abgeschafft werden. Und stattdessen müssen Projekte jetzt kontinuierlich Blogspace einkaufen, wenn sie irgendwie auf Polkadot laufen wollen. Und dafür müssen sie dann auch Dots bezahlen, wobei man zuletzt noch diskutiert hat, ob die Dots dann komplett verbrannt werden. Oder ob die Dots in die Polkadot Treasury gehen und von da aus dann an Projekte verteilt werden oder eben von da aus verbrannt werden. Und das soll dann eben jetzt die Nachfrage nach den Dots erhöhen und den Token wertvoller machen. Ja, und jetzt mal so Blogspace, das steht ja eigentlich für die Ressourcen, also die die Projekte so verbrauchen. Das wären ja dann, denke ich mal, in erster Linie Speicherplatz und Rechenzeit. Und dazu gibt es einen ausführlichen Artikel auf Cointelegraph. Den packe ich unten in die Videobeschreibung und auf die technischen Einzelheiten gehe ich hier jetzt erstmal gar nicht ein. Also jedenfalls ist ja die Frage, wird das jetzt reichen, um den Preis wieder auf einen All-Time-High zu bringen oder wenigstens weiter hochzutreiben? Und da denke ich leider eher nicht, denn also nur weil man jetzt Dots benötigt, um Ressourcen im Ökosystem einzukaufen, erhöht sich ja nicht notwendigerweise die Nachfrage. Man verlagert das Projekt ja eigentlich nur auf die Produkte, also das Problem auf die Produkte, die das Ökosystem so hervorbringt. Und Nachfrage kommt ja eher also mit überzeugenden Produkten, die es woanders womöglich gar nicht gibt oder die es wenigstens nur in Schlechter woanders gibt. Und jetzt mal so die Technologie der App-Chains, also diese anwendungsspezifischen Blockchains, aus denen Polkadot besteht, die jetzt miteinander vernetzt sind, die gibt es ja irgendwie auch bei Cosmos. Und Cosmos will sich ehrlich gesagt auch nicht so recht durchsetzen. Und ganz ehrlich unterscheidet sich das Ganze jetzt für den Endanwender auch nicht so wirklich. Also von zum Beispiel Ethereum mit den ganzen Layer-2s und den Alt-Layer-1. Und Solana finde ich da ehrlich gesagt für Retail wesentlich besser geeignet, weil einfach das ganze Bridging wegfällt. Ja und institutionelle Anleger gehen dann eher, denke ich, auf Ethereum. Ich denke mal so technische Features interessieren jetzt am Ende eh keinen, also außer es läuft was schief und dann will man wissen, woran es gelegen hat. Und danach interessiert es dann irgendwie auch keinen mehr und es geht dann einfach fröhlich weiter. Also Polkadot hat für mich jedenfalls noch immer keinen überzeugenden Use Case und damit meine ich durchaus auch das gesamte Ökosystem. Die einzelnen Anwendungen, die gibt es im Prinzip auch woanders. Die ganzen DeFi- und NFT-Sachen sind auch nichts Besonderes im Vergleich. Und dann gibt es noch so ein paar Sachen zu Digital ID, was eh, finde ich, so ein bisschen schwierig ist als Thema für Krypto. Also ich glaube, da hat eigentlich keiner richtig Lust drauf, wenn das mal irgendwann flächendeckend kommt. Und der restliche Kram, der ist auch eher, sagen wir mal, originell bis exotisch. Also ihr könnt das natürlich gerne anders sehen. Und jedenfalls kommt Nachfrage nach Produkten auch durch gutes Marketing und da hapert es bei Polkadot sowieso von jeher. Also viel zu oft werden die Vorteile von Polkadot vor allem durch Technik-Argumente kommuniziert. Und ich habe das Gefühl, die Polkadot-Community und die großen Influencer reden oft komplett aneinander vorbei. Allen voran die Core-Entwickler selber. Da geht es also eigentlich ausschließlich um Technik, um die Vorteile der Technologie, um die Fortschritte der Technologie. Und nehmen wir mal hier zum Beispiel diesen Tweet von Crypto Choreo. Der hat ja auch immerhin 30.000 Follower auf Twitter. Den würde ich also jetzt nicht unbedingt als einen unbedeutenden Influencer ansehen. Und der stellt hier alle wichtigen Narrative im Cryptospace zusammen und die Tokens, auf die man achten sollte, wenn man jetzt davon zukünftig profitieren möchte. Und da taucht wirklich nirgendwo der Dot auf. Und da gäbe es meiner Meinung nach schon so Überschneidungen thematisch. Zum Beispiel hier bei den Layer-1s oder bei den Liquid-Staking-Tokens oder auch bei den Wallets. Und ich glaube, das einzige Polkadot-Projekt hier ist Centrifuge unter den Real-World-Assets. Und das läuft gleichzeitig auf beiden Blockchains, nämlich auf Ethereum und Polkadot. Und zum Glück scheint das die Polkadot-Community selber auch irgendwie erkannt zu haben, denn man hat inzwischen so eine Art dezentralisiertes Marketingprogramm gestartet, bei dem im Governance-Forum von Polkadot darüber abgestimmt wird, wie man Content-Creators für Polkadot-bezogenen Content bezahlen will. Weil, naja, mal sehen, was da rauskommt. Aber trotz all dem möchte ich Polkadot noch nicht so ganz verloren geben. Also immerhin arbeiten sie dran. Und gerade bei solchen Krisen kommt es ja häufig zu ganz erstaunlichen Comebacks. Also das hat bei Solana ja jetzt auch schon geklappt. Und sogar im alten Terra-Ökosystem tut sich ja auch wieder so einiges. Ich denke also mal, von Polkadot werden wir in Zukunft wieder öfter hören. Und immerhin ist ja die Entwickleraktivität nach wie vor sehr hoch. Und es gibt Bestrebungen, die beiden größten Probleme zu überwinden. Das wären ja dann diese grottigen Tokenomics und das fast nicht existente Marketing bzw. auch Business Development. Ja, und Polkadot hat für mich auf jeden Fall eine gute Chance, im Preis wieder zu steigen, wenn jetzt der Bullenmarkt im nächsten Jahr weitergeht. Weil die aktuelle Preisentwicklung, die zeigt ja auch, dass der Dot-Token mit dem restlichen Markt durchaus mitschwimmen kann. Und ich glaube, dass jetzt tatsächlich sogar der ungünstigste Zeitpunkt wäre zu verkaufen. Weil ich glaube, dass 20 US-Dollar als Preis definitiv noch drin sind. Das wäre ja nur ein 4X. Also eigentlich wirklich nicht ungewöhnlich für einen Altcoin, der also nach wie vor noch eine große Anhängerschaft hat. Große Fangemeinde und eben auch eine durchaus absolut intakte Entwicklergemeinde. Aber ich glaube jetzt leider, also ohne einen Bullenmarkt wird das auch nichts werden. Weil also dafür hat Polkadot technologisch einfach nicht wirklich die Nase vorn. Und deshalb ist es vielleicht auch, finde ich, eine gute Idee für die Dots, die man jetzt aus den Crowdloans zurückbekommt, so eine Art Stop-Loss zu setzen. Also vielleicht mache ich das auch so bei 4,50 Dollar oder später dann bei 5 Dollar sogar, falls der Kurs sich zum Beispiel bei 6 Dollar etablieren sollte. Und das Ganze würde ich dann nachziehen, wenn der Kurs weiter hochgeht. Und nur für den Fall, dass Krypto jetzt im Januar einen Rückzieher machen sollte und der Bärenmarkt ausfällt, hätte man dann in gewisser Weise diesen ganzen Kursverlust gestoppt. Und ich glaube, in diesem Fall würde ich mich dann auch endgültig von meinen Dots trennen, eventuell dann später auch wieder einsteigen, wenn Polkadot dann etwas revolutionär Neues auf den Tisch legt. Ja, das war es jetzt erstmal von meiner Seite. Ich wünsche euch noch weiterhin viel Erfolg. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.